Warte, Laufbahngilde? Warte, 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 warte. Was willst du denn? Korban? Oh, Capco. Ähm, der ist Level 3. Wir müssen 61 Rift-Dinger dafür verwenden, damit wir den mitnehmen können. Ich meine, let's go. Komm mit. Alles okay. Vasallen erhalten Abzeichen als Zeichen ihres gesammelten Wissens und ihrer Kompetenz. Ob für ihre Kampffertigkeit oder Erkundungserfahrung. Vasallen mit Abzeichen sind nützlicher für den Erweckten in Wort und in Tat. Okay. Monsterabzeichen werden Vasallen verliehen, die eine gewisse Anzahl Monster von einem bestimmten Typ besiegt haben. Solche Vasallen sind so bewandert im Umgang mit der besagten Kreatur, dass sie die beste Art, sie zu besiegen, kennen und dem Erweckten nützlichen Rat bieten. Okay. Felsabzeichen werden Vasallen vergeben, die ausreichend oft in einer bestimmten Region kampiert haben. Wenn du dich in der besagten Region auf ein Abenteuer beginnst, wird der Vasall sein Wissen über die Gegend mit dir teilen, indem er nützlichen Rat anbietet. Ich mag. So, dann lass mich jetzt mal hier die Laufbahngilde gucken. Laufbahn wechseln. Von Laufbahnprozeduren könne der Gilden hat er vorgenommen. Laufbahn, also eine Laufbahn freigeschaltet, kannst du jederzeit zu ihr wechseln. Laufbahn freizuhalten erfordert Disziplin, wie gesammelt wird, wenn du Gegenaufträge erledigst. Laufbahn trainiert unterschiedliche Fähigkeiten und du kannst neue Fertigkeiten lernen, wenn dein Rang innerhalb dieser Laufbahn ansteigt. Fähigkeiten zu lernen erfordert Disziplin. Kernfähigkeiten sind von dem Moment an, in dem sie erworben werden, einsetzbar. Aber Waffenfertigkeiten müssen ausgerüstet werden, bevor sie genutzt werden können. Wird es deine Fähigkeiten, die unabhängig von deiner derzeitigen Laufbahn ausgerüstet werden können? Blablabla, okay. Okay, ähm, ich glaube nicht, dass ich... Blitzregen kann ich noch nicht. Dafür haben wir nicht genug DP. Fokussierender Blitz. Ist eine konsensierende magische Explosion ab, die je nach aktiven Zauber verschieden ist. Okay. Ich würde die DP mal noch für uns lassen. Ja, wir lassen die mal noch für uns. Äh, nee, 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 abbrechen. Nee, 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 nee. Keine tausend Gold. Wir bezahlen jetzt keine tausend Gold, um nochmal hier uns hinzulegen. Was soll denn das? Was willst du? Äh, hallo? Ja? Ist mit dir? Ja? Hä? Was will denn der was... Was macht denn der? Ja? Ja? Du bist... Du bist ein兵ier, oder? Ja? Du bist nicht sicher, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist. Es gibt viele Menschen, die hier in den Kockoilern kamen, die sich in den Kockoilern kamen. Ich habe mich auf den Kockoilern kamen, und kamen von den Kockoilern zu den Kockoilern. Und... Was hast du gesagt? Das ist Lackoilern. Du bist sicher, dass du sicher bist. Ja, das stimmt. Dann, wo du da? Das ist ein Kockoilern. Oh, wie können wir... Ja, na klar, und zufälligerweise. Zufälligerweise stehen wir natürlich daneben. Ja, natürlich nehmen wir an. Ja, ja. Versuche den Zeitfaktor im Hinterkopf zu halten, wenn du deinen aktuellen Auftrag verwaltest und neue annimmst. Okay, ja, dann, ähm, machen wir das doch mal. Korban wollte uns noch irgendwas zeigen. Was willst du uns denn zeigen, Korban? Oh. Okay, schon gut. Ja, ja, zeig uns mal. Korban hat Ahnung. Ja, halt, stopp. Äh, es gibt vier Befehle, mit denen dir Weg zu seine Vasallen einweisen kann und ihre Effekte variieren, je nachdem sie im Kampf eingesetzt werden. Okay. Okay, los. Weiß Vasallen an, unabhängig von dir zu handeln. Es kann mit bisschen Vasallen und das Schlachtfeld auszuschwärmen. Es kann auch benutzt werden, um Hilfe bei Ausführungen von Aktionen. Weiß Vasallen an, dort zu bleiben, wo sie sind, bis sie neue Befehle halten. Während eines Kampfs weißen Vasallen an, den Angriff abzubrechen, sich darauf zu konzentrieren, dich indirekt zu unterstützen. Hilfe, weiß Vasallen an, Unterstützung, Heilung, Wiederherstellung zu priorisieren. Wollen wir mal los. Ich weiß nicht, wie ich den Zauberer abbrechen kann. Oh, weiß. Aber was haben wir hier? Äh, der ist schon ein bisschen leicht verrottet, hä? Irgendwie schon ein bisschen... So, da war doch noch einer, oder? Ja. Äh, kommt mal zu mir. Boah, das sieht halt so schön aus, ne? Das sieht halt so verdammt schön aus. Guckt euch das an, ey. So irgendwie so Goblins-Zeug. Sehen hier noch welche? Ja, komm. Let's go. Woos? Ich wollte keine Lehnung, Karsten. Ich glaub, der hat geschlafen. Ach, die haben die schon gelootet, oder was? Okay. Kommt wieder zu mir. Ich wollte mir eigentlich hier das da angucken. Oh, nice. Fahrtknollel. Ich gucke euch das an. Das ist so freaking geil. Das ist wirklich heftigst. I love it. Richtig geil. Na, mal kurz gucken, dass hier... Okay. Stream ist noch alles in Ordnung. Ich dachte gerade, weil mein... ...weil mein... ...weil mein... ...Stream ein bisschen gelaggt hat. Aber das ist, weil, äh... ...vielleicht im Browser das dann nicht mehr ganz so flüssig läuft. Aber das macht ja nichts. Stream an sich jetzt alles hervorragend. Okay, was haben wir hier jetzt noch? Hier ist noch irgendwas zum Abbauen, oder? Hier oben. Ach. Wir sind mitten... ...irgendwie mein... ...mein Mauszeiger da reingeraten. Nice. Getragenes Gewicht. Was ist das jetzt? Das Gesamtgewicht der Gegenstände, die du trägst, beeinflusst du deine Bewegungsgeschwindigkeit. Je schneller dein Gepäck, umso langsamer deine Bewegung, umso mehr Austausch brauchst du. Bleib leichtfüßig, indem du den Last mit deinen Basalenteils. Gegenstände einem Lagerhauseinlagest oder verkaufst, was du nicht brauchst. Okay. Ja, wir werden wahrscheinlich ein bisschen was einlagern, wenn wir dann... ...zu viel Gewicht haben. Aber ich glaube, im Moment geht das wahrscheinlich noch so. Hier haben wir was eingesammelt, oder haben meine Basalen jetzt eingesammelt? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Das sieht halt wirklich schon... Das sieht halt schon geil aus, ne? Sieht halt wirklich schon geil aus. Bis jetzt? Ich merke mich so hundertprozentig, dass es irgendwie laggen würde oder so. Hallo? Ach, Mann. Ich will nicht Linderung, Carsten. Nein! Hier, einmal runter. Nice. Weg mit denen. Oh, hier, okay, Stufe 3. Ich finde jetzt immer noch lustig, dass wir hier... ...lassen wir den wieder los. Ich hätte ruhig bin, wenn ihr so freundlich wärt. Ja? Was ist los? Was ist los, Corbin? Ja? Haben wir die schon eingesammelt? Ja. Ah, nee, nee, nee. So, äh, Koboldoren. Gehen wir hier mal nochmal runter. Corbin hat irgendwas. Ja, ja, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal so ein bisschen zu mir. Komm, was ist denn los? Du bist relativ schnell unterwegs. Ach, da ist er ja. Äh, ja, dann let's go. Ja, ja, nee, 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 nee. Nee, ich bin... Ich kann nicht Linderung, Carsten. Ja doch, ich hab auf ihn Linderung gegastet, oder? Hallo. Ah, Caru. Sind das alle? Ja, das glaub ich auch. Mhm. Ja. 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 Wir können viel Bericht erstatten. Dafür müssten wir zurückgehen, wahrscheinlich, ne? Äh. Ja, ich denke... Tun wir den Filmer Bericht erstatten. Ich glaube, die Versailen sammeln hier auch einfach alles ein, ne? Laufen wir mal ein bisschen. Let's go. Let's sprint ahead. Ja, ja, Korban. Alles okay. Ja. Ja. Kein Problem. Nope. Das club ist ja on it. Ha. Äh. Äh. Nice. Die anderen haben auch Gegenstände aufgesammelt, ne? Die haben hier... Okay. Vielleicht können wir hingehen. Äh. Ja, ich hatte auch ein Level ab. Vorrangiger Auftrag im Nachspiel des Drachen. Achso. Okay. Ja, das ist eine Leiter, ich weiß. Kann ich das einfach nehmen? Kann ich das einfach nehmen? Huch. Nice. Ähm. Wir verwalten mal Lager, wir lagern mal ein. Ich weiß halt nicht. Ich würde jetzt einfach mal... Kann ich Max weglagern? Ja. Ich würde jetzt einfach mal alles weglagern. Ach, die ganzen Tränke hier. Das Lampenöl vielleicht nicht gerade. Äh. Ausgerüstte Gegenstände können nicht weggelagert werden. Okay. Okay. Äh. Weg hier, ja. Dankeschön. Okay. Der ist Stufe 3. Gutherzig. Auch von Capcom. Nee, sorry. Äh. Jetzt gerade nicht. Wir haben noch die Elisabeth dabei. Also nicht, wie lange die jetzt hier bei mir bleibt, aber... Wir hoffen, dass es ein bisschen länger ist. Und ich möchte meine Ausrüstung wechseln. Ausrüsten. Jörg rüstet das nämlich aus. Und er rüstet das da aus. Und die Elisabeth, die rüstet das da aus. Warum kann die das nicht ausrüsten? Geben. Äh. Warum? Wann wirst du Kampfbogen wirst du eine Wirksamkeit? Eins. Der hat doch eins. Wann kann die das nicht ausrüsten? Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, weil die vielleicht nicht mir ist? Weil die auch Stufe 2 ist und nicht aufleveln kann. Komischerweise. Dann maybe nehme ich ihn doch mit. Ja, dann heuern wir in der Gruppe, weil wir ausgetauscht werden sollen. Ja. Heißt einen Tag und eine Nacht lang gemeinsam. Ja, tut mir leid, dann nehme ich dich wieder raus. Ja, mit einem Geschenk aus meinem Inventar. Was geben wir dem, was geben wir da mit? Ich habe kein Gold. Also nicht, dass ich jetzt sehen würde, dass ich irgendwie hier Gold hätte. Jo. Ja, gehen wir einfach hier. Bein Ort. Ja, ich glaube, die Capcom-Dinger können nämlich mit uns aufleveln erstmal. Und was cool wäre, weil Isabet hat irgendwie nicht aufgelevelt. Aber vielleicht habe ich das einfach auch nur falsch. Äh, irgendwie ein bisschen, ein bisschen falsch, äh, angegangen. Das kann auch sein, so. Irgendwo hier? Das ist doch der da oben, oder? Das ist doch safe der da oben. Und das ist so ein Ausrufezeichen. Mann, dann gib uns doch eine Quest. Ja. 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 Kacke. So. Ab runter hier. Gut. Upa. Korban, bleib mal stehen. Kommen wir mal zu mir. So, bleib mal, bleib mal stehen. Sehr schön. Dann gehen wir halt weiter. Dann gehen wir Drachen besiegen, ne? Let's go. Warum nicht? Auf geht's. Drachen besiegen, it is. Geh mal schwer davon aus, wir müssen hier so lang. Genau, nicht. Ah, Karte. Ah, hier so lang. Okay. Gut. Da können wir auf jeden Fall hin. Wir bewegen uns erstmal auf der Straße. Aua. Äh, okay. Äh. Okay. Ich bin um eins in meiner Laufbahn gestiegen. Interessant. So, dann hier haben wir so ein bisschen... Äh, kann ich hier... Wo ist denn... Kann ich hier noch was mitnehmen? Oder habt ihr schon wieder alles geklaut? Nee, nicht alles. Alter, muss man hier übel aufpassen, dass die einen auch nicht anjumpen von irgendwo runter. Ja, Korban. Ja, weg mit euch. Brennet. Sehr schön. Ja. Jörg auch aufgestiegen? Nice. Die nehmen wir hier alles weg, ne? Sammeln das alles selber auf. Aber okay. Oh, was haben wir hier? Achso. Okay. Das war einfach nur ein Kobold. Das wäre ein Mensch oder so gewesen. Ja, was ist denn los? Ach, Korban. Ja. Oh, was haben wir hier? Das ist ein Käfer, oder? Kann ich hier rein sammeln? Nice. Goldkäfer. Und noch ein paar Moosbären. Ja, wir müssen die Welt halt richtig erkunden. Also das wird heftig. Das wird, glaube ich, noch sehr krass. Ja, ich weiß. Da hinten ist das Dorf. Korban. Geh mir nicht auf den Senkel. Ich weiß das. Oh, das Weinchen kaputt. Äh, äh. Ästchen, Rippchen. Okay, das Schwein flieht. Soll das da jetzt? Wo ist es hin? Da. Äh, nee. Das wollte ich nicht. Bam, 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 bam. Okay, ich muss auch mal drücken. Weg mit dir. Nice. Ein bisschen bestige Träppchen. Mensch, Korban. Gut, jetzt da mal noch aufsammeln. Ehrwurz. Äh, hä. Noch ein bisschen Hartknolle mitnehmen. Boah, ich finde ja Wasserfälle einfach so geil, ne? Boah, das ist so richtig schön. Guckt euch das an, äh. Guckt euch das an. I love it. Hallo, ja, Korban. Wir gehen dir hinterher. So, und jetzt kommt ein Drache, der wiped uns und dann alles in Ordnung, hä? Nichts da überspringen, was? Gucken jetzt, wie der Drache kommt. Mel, vom Drachenfeuer verwüstete Fest. Korban einfach die Hälfte der Zeit am rückwärts laufen, weil er irgendwie will, dass wir nachkommen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, Drache. Ja. Hallo. Was ist mit Ihnen? Äh, verkaufst du was? Fulminanter Schild. 5.000! Oh, ich war auch nicht. Ring der Entschlossenheit. Ein Ring mit einer geheimnisvollen Kraft, die den Geist belebt. Der Träger kann weniger häufig niedergeschlagen oder ins Wanken gebracht. Okay. Ein Ring der Macht verleiht, wenn der Geist des Trägers mit seiner Magie resoniert. Erhöht die Stärke. 5.000 und 8.000 Gold. Ist okay. Ist okay. Nee, ich will nix. Ja, ja. Ja, ja. Ja, lieber wählerisch als verschwenderisch. Ja. Wie präparierst du das da gerade? Das ist kaputt. Oh boy. Das ist wirklich, denke ich, ziemlich am Argen. Oh, weiter geht's. Oh. Mmh. Oh. Oh, das ist übrigens anscheinend eine Frau. Das hört sich sehr danach an, als wäre Uwe eine Frau. Obwohl ich das nicht so bei der Stimme eingestellt habe. Oh. Oh. Hello. Na? Was geht? Ah, das ist Uwe. In seinen frühen Zeiten. Das ist einfach der, das ist einfach der Uwe. Hellen. Watt. Springen. Sturmattacke. Ich mach dem Drachen keinen Damage, ne? Kann ich an dem Drachen hoch? Okay. Das ist Uwe doch nicht zu sein in jüngeren Zeiten. Uwe hat einfach schon, äh... Oh ne, wir sagen einfach, das wäre jetzt Uwe in jüng. Das ist Uwe in jüng. Geh, meine Liebe. Oh. Äh, leicht, äh... Verbrannt, hä? Äh, leicht. Aber nur leicht Um Lega Um 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 Hei Ja 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 Ist nicht so einfach ohne Herz Ist Vor allem Geht's euch gut Ich weiß halt nicht so hundertprozentig also Der Drache Hat mein Herz gegessen Und ich bin trotzdem am Leben Weird Aber okay Wer ist das? Ulrika Okay Zweite Mal What? Ah okay Jo Wir haben auch keinen Herzschlag Wir können keinen Herzschlag mehr haben Hähm Äh Wird sagen wir erinnern uns an nichts Ne Und auch nicht du Das 10 Ähm Tja Weiß ich halt nicht aber Ich bin halt Ich bin halt Ich bin halt cool Äh Ja 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 Renn einfach weg Machen wir schon Machen wir schon Hm Ja 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 sind wir etwa sind wir etwa hier vorne waren die abgebrannten Dinger, da sind wir hingegangen sind wir etwa umgekippt und die Ulrike hat uns hier ins Haus reingeschleppt jetzt macht das ganze Sinn ich war totally verwirrt ich war so heftig verwirrt gerade aber jetzt macht das ganze Sinn wir sind nicht in der Vergangenheit sondern wir haben die Vergangenheit gezeigt bekommen heißt wir haben die Ulrike mal beschützt und jetzt sind wir halt da umgekippt und sind jetzt wieder hier und jetzt haben die uns gefunden und wollen dass wir mitkommen ok ok ja was hast du denn zum anbieten ja ich will was kaufen hast du denn ein schönes äh ring der ab wie viel Gold ist das alles wert wirklich heftig so wir machen jetzt mal ein ganz kurzes ein ganz kurzes Päuschen ich bin mir noch was zu trinken holen und dann ähm geht's dann gleich wieder weiter also bis jetzt Fazit würde ich sagen ist schon ganz gut also wirklich ist schon cool äh das Game übrigens müssen wir halt noch weiter gucken mir gefällt der Combat gerade noch nicht so hundertprozentig der ist mhm maybe noch nicht so maybe noch nicht so hundertprozentig geil müssen wir noch gucken müssen wir noch gucken vielleicht müssen wir ja auch wechseln auf eine andere Klasse damit es cooler wird oder damit es mehr gefällt oder was weiß ich keine Ahnung ähm genau dann sehen wir uns gleich wieder und äh bis gleich so da sind wir wieder da sind wir wieder äh noch immer die Musikchen ändern so wieder auf äh Dragons Dogma äh perfekt sehr schön sehr schön einmal herrichten so sagen wir noch mal neu Energie getankt was zu trinken jetzt wird je ballert gucken wir mal warten wir mit unseren drei kleinen äh Leutchen hier oder großen Leutchen je nachdem wie man das gerne sehen will wir haben übrigens zwei Catboys dabei Tabak äh Tabaski oder wie man die in Dark Souls nennt äh Dark Souls genau Skyrim sorry äh öh ist gar nicht wie die hier heißen dann we are shit not gonna lie das ist das W das war das ist das Wichtige so ist hier jemand hallo hier ist nämlich ein Ausrufezeichen ich will das Ausrufezeichen ein 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 ah nice dank schön einen Kampfbogen hoch ach ach herrjeje ok ich weiß wo wir sind kann ich das ding zerstören ich würde es zerstören das hat meinen greifen getötet weg mit dir bird mein greifen getötet übrigens Ausrüstung was haben wir hier gib dem mal weiter borden dürfte das sein ne ach das derselbe ähm wo ist denn eigentlich der bogen hin jetzt wo ist denn der hochwertige bogen hin jetzt sagt ja nicht der ist gegangen mit der anderen mit unserer elisabeth damit habt ihr meinen greifen abgeschossen ok den benutzt keiner mehr ungeheuerlich so ok das irgendwie ausrufezeichen ist ein bisschen weird ich weiß jetzt nicht was ich damit anzufangen hab ist hier noch irgendwo eine kiste oder so ach guck mal auf jeden Fall noch einiges zum einsammeln so wir sind jetzt auf dem mittel aha guck mal einer an nice her der blitze fahrt des winters dresche glut was seid ihr denn ein grimoire dessen likture zauber wirkt selbst der ist der nicht mächtig ist wirkt den feuerzauber großer salamander das ist einmal ist das single use oder was ich verstehe das nicht so hundertprozentig wehe das ist single use auszauber ice jar großer blitzregen irgendwie irgendwie bei der liegt im inventar und dort vergammelt ist das war knapp das war knapp naja macht nix so können die anderen mir folgen okay dann gehen wir mal zu unserem boy dort drogistin okay medikament medikament ich meine hilfe ok um kombinieren von materialien beim materialien kombinieren um einen neuen gegenstand herzustellen beim kombinieren kannst du entweder mit materialien einzeln aussuchen oder eine dir bekannte kombination wählen außerdem kannst du festlegen ob die materialien zuerst dem inventar des entweckten oder dem der vasallen entge entnommen werden sollen okay überbringe okay jetzt äh aufträge was ist das dort betritt und event wars kehrt zur flora zurück und bringe das frucht oberdingsbumsen dann priorisieren wir das da mal so und wo soll das jetzt sein ich kann jetzt sachen kombinieren okay dann gehen wir mal in unsere nicht aufträge in unsere gegenstände und dann können wir das kombinieren das ist arzneitrank so warte warte noch experimentieren okay warte wir haben einen apfel aber der ist dieser apfel ist bei uns im lager hallo ist das da äh ja ja das ist aber schon ein bisschen länger her dass ich das gemacht habe ähm äh weiß ich nicht ob ich da registriert bin oder was so wir müssen ob man ja olé das macht okay der den nicht sieht ja wird es ich ich traue ich 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 er Ja, das wissen wir. Okay. Ja, dann andere Laufbahn. Werde ich machen. Okay, danke. Die Meisterlehre ist die mächtigste Fähigkeit, die in der Laufbahn erworben werden kann. Eine Meisterlehre zu lernen, erfordert die Anwendung eines speziellen Buches, welches du erhältst, wenn du den Laufbahnmeister mit deinen Können beeindruckst. Doch das wahre Potenzial dieser Fähigkeit kann nur von jenen realisiert werden, deren Laufbahnrang hoch genug ist. Das ist der Moment. Ich dachte, es ist sicher, dass ich es nicht verlassen will, dass ich es nicht verlassen will. Okay. Oh, okay? Ähm, Lager verwalten. Ah ne, ich kann auch kombinieren. Ich kann auch hier kombinieren. Heute ist doch beides Arzneitrank. Naja, dann machen wir den mal. Kombinieren wir einfach direkt mal fünf. Und dann nehmen wir die Arzneildinger mal mit, oder? Ah, der Bogen wurde zurückgesetzt. Okay, perfekt. Gut, 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 gut. Können wir noch einlagern? Ja, natürlich können wir noch einlagern. Bücher würde ich mal gerade auf Tasche behalten. Äh, warte, den einen Bogen da. Den könnte man noch einlagern. Laufbahn wechseln. Ne, eigentlich will ich nicht wechseln. Aber vielleicht haben wir weitere Fertigkeiten. Wir haben 500 dp. Hm, nice. Verzaubert die Waffe des Zaubernden oder den Verbündeten mit Blitz. Die Verzauberung hält eine... Okay, mit Eis, Zauber, Feuer. Okay, Schutz beschwert eine Anzauberung magischer Energie, die bis zu drei Angriffe von 7 blockt. Die Anzauberung verschwindet nach einiger Zeit. Auch nett. Kernfähigkeiten haben wir schnell. Zaubergeschwindigkeit erheblich. Der Einsatz erhöht den Ausdauerverbrauch. Ausdauerverbrauch. Let's go. Wir wollen schnell zaubern. Ähm. Und dann maybe... Ähm. Maybe. Unheilabwehr. Erhöht deine Unheilabwehr. Okay. Maybe noch den... den Schutz da dabei? Ich würde den Schutz da noch nehmen. Ja. Äh. Wir müssen den mal auf Y aus. Was kann denn Jörg überhaupt? Jörg hat auch 400 dp. Ja, der muss seinen Rang auf jeden Fall behalten. Hier beschreibt er im großen Moment und schleudert gleichgewichtige Ziele spielerisch in die Luft. Ja, das zieht zurück. Gegenangriffe brauchen keinen Ausdauer, wenn es aktiv ist. Mh-hmm. Verharrlichkeit erhöht deine physische Verteidigung. Dann würde ich doch sagen, hier machen wir wahres Ablenken. Dann haben wir noch 300. Und dann machen wir noch den da. Ja, 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 ja. Den kannst du ruhig dahin ausrüsten. Sehr schön. Hatten wir noch jemanden? Ne, nur die zwei, ne? Okay. Er mich bald wieder. Nice. Jetzt verstehe ich das. Okay. Äh, ich spreche mit Gregor. Äh, hier, äh, halt, stopp, warte. Ich brauche hier, wupp. Was für ein Ding? So, ja. Dann, ich... Ich wüsste halt gerne, wo... Wo ich das herbekommen soll. Willst du dich? Kann ich das herbekommen? Äh, ja. Wie bin ich? Kann ich das... hier kaufen? Aha. Kaufen wir das mal. Ja, kaufen wir das mal für die Kleine. Ja, hier. Ja. Hab's für dich. Ein RZ-Granulat, das Fruchtstücke enthält. Stellt große Mengen an Gesundheit wieder her. Oh, okay. Let's go. Wird's schön. Kein Problem. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich will dir das auch an deinem Kind erzählen. Okay. Ist das doch? Schau mal nicht im Dunkeln herum. Lüßt es euch mit deiner besten Laternen aus. Pass auf, wie weit ihr euch die Nacht von so aus entfernt. Entfernst sonst werden Bestien von Leuchtfahrerhilfe angelockt wie Motten vom Licht. Okay. Macht Sinn. Ähm. Was haben wir jetzt? Ihr das Nachspiel. Okay. Ja. Ich denke, das sollte passen. Ich denke, das sollte passen. Ich denke, das ist ein Kass. Ähm.